Wir sind hier auf dem Bike-Festival in Riva. Wir hatten diverse Räder dabei, ca. 35 an der Zahl. Hardtails, E-Bikes, Touren-Fullis bis hin zu den 170ern und 200ern. Eine Bombenresonanz hatten wir auf das JAP, unser neues Enduro. Viele Redakteure waren da, sind dann mit Runden gedreht, genauso auch Kunden, die davor zum Beispiel schon ein Slide 160 gefahren sind. Wir hatten eine superschöne Party hier mit Freibier, haben Würstchen gegrillt, natürlich unseren legendären Espresso. Ja, aber im Vordergrund standen natürlich die Räder. Wir hatten jetzt auch schon unser neues Disc-Rennrad gezeigt. Getestet an Hybrids wurden natürlich reichlich die 140er Hybrids. Gerade hier für die Strecken, wo es doch ganz schön steil bergauf geht und längere Passagen bergauf sind die Leute natürlich begeistert. Dieses Thema E-Bike wird spürbar immer, immer größer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020